Hallo und herzlich willkommen auf Mockscout, deinem Kanal für interessante LEGO Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Wir schauen uns heute ein mittelalterliches Alternative Build an, nämlich die Medieval Barn, das Rebrickable Mock mit der Nummer 77684. Dieses Set ist ein Alternative Build und zwar von der mittelalterlichen Schmiede, dem LEGO Ideas Set mit der Nummer 21325. Das hier ist genauso wie seine Vorlage von 2021, also im Moment noch hochaktuell und von den 2164 Teilen, die da drin sind, werden hier 1681 verbaut, also längst nicht alle. Von den Maßen her ist es recht kompakt, bis hier oben hin zum Dach 23 cm, die Basisverbrauch etwa 26 x 25 cm und der Designer ist Grieche 13. Das ist kein Unbekannter hier auf dem Kanal, der hat uns schon begeistert mit Alternative Builds zum Baumhaus, auch schon mit zwei weiteren zur Schmiede. Die sind übrigens auch sehr empfehlenswert, schaut doch da mal rein, wenn es euch interessiert. Von der Altersgruppe her würde ich hier so sagen 8 oder 9 plus, das kommt ganz gut hin, je nachdem wie viel Erfahrung schon da ist beim Bauen von vielleicht ein bisschen filigraneren Bautechniken. Es gibt ein paar Prints, es gibt keine Aufkleber und das finden wir natürlich toll als erwachsene Fans von LEGO. Wenn ihr das bauen wollt, braucht ihr eine Anleitung, das ist ein PDF, das gibt es auf Rebrickable, das kostet euch 5 Euro, das ist ein aus meiner Sicht fairer Preis. Es hat ein paar minimale Fehler, dass ihr bei manchen Schritten nicht immer zu 100% seht, wo die Teile verbaut werden, das ist aber ganz wenig, ganz selten und fällt eigentlich nicht ins Gewicht. Von der Basis her sind es verschiedene Platten, man kann vielleicht noch erwähnen, dass es da drei große Platten gibt, drei 16 x 16er Platten in Darkten, das sind tolle Teile, damit kann man ganz viele andere tolle Sachen auch noch machen. Das Dach ist bautechnisch so das interessanteste, ihr seht das hier, das ist dieses Schindeldach, wie wir es auch schon kennen von der Schmiede, das ist hier von der Konstruktion her ähnlich, nicht gleich, aber man muss ein bisschen aufpassen, das ist hier so die empfindlichste Stelle des Sets, aber dazu werden wir wahrscheinlich nachher auch noch mehr sehen und ich hoffe, es fällt mir nicht alles auseinander. So, wenn es um die interessanten Steine geht und die Figuren, würde ich euch mein Video zu 21.325 ans Herz legen, da bin ich darauf eingegangen, was es dazu zu sagen gibt. So, also was kriegt ihr hier bei der Medieval Bahn? Also ihr kriegt natürlich hier diese Bahn, diese Scheune und ihr kriegt diesen kleinen Lastenkarren mit Pferd vorne dran. Den schauen wir uns gleich an. Wir kommen erstmal tatsächlich zum Hauptgebäude und fahren den mal hier aus dem Bild und ich komme ein bisschen näher. Also das ist hier so die quasi Vorderseite, quasi einfach deswegen, weil das Gebäude hat viele schöne Ansichten. Wo hier vorne ist, muss man sich ein bisschen aussuchen. Also das ist ein Aufgang hier ersichtlich, der geht hoch zu einem kleinen Raum, der sitzt so als Türmchen oben drauf und das ist so sozusagen die Chill Lounge von dem Besitzer hier, von der Scheune. Da ist eine kleine Küche drin. Unten ist die Scheune, der große Scheunenbereich drin, wo man eben das Fuhrwerk reinpacken kann, rein parken kann und ein kleiner Workshop-Bereich, wo man an irgendwelchen Sachen rumbasteln kann. Also wir gucken einmal drumrum und da sehen wir auch schon das eine oder andere bekannte Element, nämlich den Amboss unten mit dem Barren, der hier an der Ecke steht. Den kennen wir auch aus der Schmiede. Oben eben hier diese Tür mit den, hier hat sich ein Brett ein bisschen verschoben, eine Tür mit ein paar bedruckten Teils. Das sieht sehr schick aus. Und unten der Eingang ohne richtige Tür zu diesem Workshop-Bereich. So. Dann seht ihr hier seitlich unterm Dach einen Futterbereich für die Pferde. Die dürfen da nach getaner Arbeit einen kleinen Imbiss zu sich nehmen in Form von Stroh. Das ist da angedeutet mit gelben Slopes, also gelb mit Tanslopes natürlich. Und dann hier auch ein netter kleiner Busch. Das ist eine runde Konstruktion, annähernd runde Konstruktion. Sieht ganz toll aus, ist aber nicht so ganz stabil. Würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere jetzt im Laufe des Videos vielleicht mal abrauscht, denn der hängt nur an einer Noppe. So, hier ist jetzt das Scheunentor. Da passt das Fuhrwerk rein. Ich habe es auch schon getestet. Allerdings muss man es ein bisschen reduzieren von der Größe. Also, wir lassen es mal hier reinfahren, das Fuhrwerk. Und da sehen wir es in seiner ganzen Pracht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zum Dach abreiße. Also, das ist das Fuhrwerk mit Pferdchen und Last hinten drauf. Die ist zum größten Teil nur drauf gelegt oder geklemmt. Das heißt, die kann sehr leicht runterfallen. So viel zum Thema lose Teile. Sieht aber toll aus, wie ich finde. Die Truhe ist tatsächlich auch nur durch den Sitz rein geklemmt. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir nehmen erstmal das Ball Giant Pferd hier ab und gucken uns dann mal hier diesen Sitz an. Diesen Sitz, den kann man nämlich nach vorne klappen und dann ist die Truhe sozusagen frei. Die Truhe ist selber nicht mit Noppen fixiert. Drinnen sind ein paar Werkzeuge. Wenn man jetzt das hier einparken will, muss man natürlich hier die Werkzeuge bzw. Kriegswerkzeuge abnehmen, die Karotte hier runternehmen und den Sitz nach vorne klappen. Hat man diese drei Dinge getan, lässt sich dieses Fuhrwerk hier reinfahren. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil innen in der Scheune stehen ein paar Fässer mit Schwertern, Werkzeug und Co. Und wenn man die umschmeißt dann oder Zeug raushaut, dann rutscht es da drin ein bisschen rum. Also lose Teile hat das Set dann doch einige. So, also das funktioniert schon mal. Es geht nicht maximal rein, weil dann stoßt ihr an die Wand an. Ja, bzw. das bleibt irgendwo hängen. Also es geht bis zu einem gewissen Punkt rein und ich habe jetzt den Eindruck, ich habe es sozusagen ein bisschen verkantet. Jetzt mal gucken, ob wir es wieder rauskanten können. Na, na, hat es irgendwo hängen geliebt. Also das ist nicht hundertprozentig optimal, aber es funktioniert. So, bauen wir es wieder zusammen. Pferdchen, Sitz nach hinten und hier die Karotte rein. Es wirkt so ein bisschen wie früher die Autos mit den zwei Türen, wo man dann alles umklappen musste, damit man auf die Rückbank kam. Also, Fuhrwerk darf mal kurz Pause machen. Und dann, oh ist das Pferd umgekippt, gucken wir mal noch weiter. Also hier seht ihr noch ein Hundi, das steht glaube ich so in der Anleitung gar nicht drin, aber da ist der Knochen, der steht drin. Von daher sollte der Hund auch nicht zu weit sein. Also, schön übrigens auch hier diese zugemauerten, also wirkt so ein bisschen wie ein zugemauertes Fenster, diese Bögen hier. Sieht toll aus. So, also optisch ist das hier auf sehr hohem Niveau. Wir gucken jetzt mal rein. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Also, Schritt eins. Man nehme vorsichtig das oberste Dächlein ab. Jetzt sind hier links und rechts so reddish-brown, haha, jetzt hat sich schon das erste abgelöst. Also, reddish-brown Tiles. Die sind zum Teil nur mit einer Noppe befestigt mit Brackets. Von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Konstruktion unten ist bekannt. Mit diesen Ball-Joints wird der Winkel erreicht. Und hier haben wir jetzt unseren kleinen Chill-Bereich. Die kleine Chill-Küche, wenn man so will. Wobei ich glaube im Mittelalter gab es jetzt nicht so viel zu chillen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wenn wir das runternehmen, müssen wir das Dachteil festhalten. Das rutscht nämlich sonst weg. Also, wir nehmen das hier raus. Und dann, genau, seht ihr schon, wie das Dach hier abrutscht. Das ist hier der eine Dachteil. Der liegt nur locker auf. So, kommt man auch auf die Seite. Und wir gucken mal rein, was hier in dieser Chill-Lounge ist. Also, hier, ihr seht schon, das Brett, das schiebt es immer so ein bisschen rüber. Weil das nur unten an einer Noppe befestigt ist. So, gucken wir mal rein. Da seht ihr hier eine kleine Küche mit Hähnchenschlegel, mit Pfannen und Töpfen und einer Lampe. Und einem Tisch zum Sitzen mit Platz zum Spielen. Auch kann man ein paar Figuren hinstellen. Und da ist eine Once upon a Time-Tile und ein Kelch drauf. Also, hier sind die Teile fest. Das finde ich schön, dass da nichts rumrutscht. Das ist so der Bereich, wo ich sagen würde, der lässt sich hier am optimalsten bespielen. Hier unten im unteren Bereich wird es jetzt ein bisschen schwieriger, das zu bespielen. Jetzt muss man aufpassen, an welchen Ecken und Kanten man das hier anfasst. Weil sonst das Dach das nicht so toll findet. Wir gucken mal, ob ich das hier gut hinkriege. Und ihr kriegt einen Blick rein. So, jetzt hat sich hier schon das eine oder andere Teil gelöst, was hier locker drin rumgeschwirt ist. Da stehen nämlich Tonnen drin. Und in diesen Tonnen ist Werkzeug, sind Schwerter, also was. Da sind keine Noppen. Das heißt, ihr könnt hier nicht sinnvoll groß Figuren platzieren. Man kann hier nicht toll irgendwelche Rollenspiele machen. Unten seht ihr so eine Workbench, also eine Werkbank mit einem Topf und einer Pfanne drauf. Ich habe erst gedacht, das ist ein Herd, aber laut Beschreibung auf Rubrikable ist es tatsächlich eine Werkbank. Jetzt gibt es hier so eine Nase. Das heißt, man kommt hier auch nicht mit dem Spielen so leicht rein. Man kann jetzt diesen Dachteil hier hochklappen. Und da hat sich schon was gelöst, sehe ich gerade hier aus meinem Blickwinkel von hier oben. Also man muss ein bisschen aufpassen. Und hier seht ihr, wie sich weitere Schwerter verabschieden aus den Fässern. Man kommt da zum Spielen nicht so wirklich gut rein. Also es ist eigentlich nur, um das Fuhrwerk zu verstauen. Und ja, schön zu sehen, was man da gemacht hat. Also hier ist viel Aufwand mit den Teils, wie der Boden verkleidet ist. Das ist natürlich einfacher, wenn man da das Fuhrwerk reinrollt. Aber bespielbar ist es wirklich kaum. Es macht auch nicht so richtig viel Sinn, finde ich, das da zu bespielen. So, gehen wir mal wieder runter. Was man machen kann, ist, dass man nochmal von vorne durch das Tor einen Blick wirft. Da seht ihr vielleicht noch ein bisschen was. Und seht eben auch, dass da nicht viel los ist. Also da steht ein Kessel, da stehen noch ein paar Fässer. Und ansonsten ist da nur der Durchgang zu diesem Werkbereich eben. Also, das zeigt so ein bisschen, finde ich, wo der Fokus dieses Sets liegt. Eben in der Außenwirkung. Und in der Außenwirkung ist es recht stark, wie ich finde. Und optisch gefällt es mir tatsächlich von den Alternative Builds, die es gibt zur Schmiede, eigentlich am besten. Weil es so einen ganz anderen Weg geht, so auch von der Aufteilung her. Und dass es eher ein flacheres Gebäude ist. So, wir setzen jetzt beim Zusammenbau hier erstmal das Türmchen wieder drauf. Und müssen dann hier unseren Dachteil vorsichtig reingleiten lassen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man hier diese flexiblen Elemente hier hochhebt. Wenn man das nämlich nicht tut, sind die im Weg. Und wenn man die zu sehr abrauschen lässt, dann verabschieden die sich auch. Weil die an nicht allzu vielen Noppen hängen. So, gucken wir mal. Rutscht das hier in Position? Ja, genau. Und dann können wir hier diese Ärmchen wieder zurück packen. Und das Dächlein oben drauf setzen. Das funktioniert auch ganz gut. Man muss eben nur echt vorsichtig sein, weil man sonst hier ein Dachunfall produziert. Jetzt überlege ich gerade, ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Also, so sitzt es. Müsste es gut sitzen. Sollte so aussehen, wie es aussehen soll. So. Ich habe gedacht, das wäre vorher noch besser eingerastet. Also, es ist, sagen wir mal, von der Optik her sehr, sehr schön. Von der Bespielbarkeit her überschaubar. Also, hier ist nochmal unser Fuhrwerk. Das packen wir nochmal daneben. Und dann versuchen wir jetzt mal eine Zusammenfassung dessen, was dieses Set so bietet. Also, stärken. Optisch sehr ansprechend. Tolle Aufteilung, mal ein ganz anderer Weg. Und als Deko sehr gut geeignet. Vielleicht in die Vitrine. Und zum Spielen ist es bedingt geeignet. Man kann damit spielen. Man muss aber vorsichtig sein, gerade beim Dach. Und ich denke, das Fuhrwerk bietet so den meisten Spielspaß oder dieser kleine Raum hier oben unterm Dach. So. Es ist generell stabil. Das Dach ist halt nicht bedingt bespielfähig. Oder man muss einfach genau wissen, wo man es anfasst. Dann ist aber fast jedes Lego Set stabil. So. Schöne Ergänzung zur Schmiede. Auf jeden Fall. Negativ vielleicht eben gerade die Stabilität des Daches. Aber sonst hätte man wahrscheinlich diesen optischen Gewinn durch das Dach nicht erzeugen können. Von daher nehme ich lieber das optisch schöne Dach und gucke es mir nur an. Anstatt ein langweiligeres, stabiles Dach zu nehmen. Und das Scheunentor ist halt nicht da. Ja. Ihr habt es gesehen. Wir drehen nochmal das Gebäude um, dass ihr die Seite sehen könnt. Es ist kein Scheunentor da. Das ist ein bisschen schade, weil normalerweise sollte man eine Scheune schon dicht machen können. Es ist hier tatsächlich so, dass der Wind da theoretisch durchgehen würde. Also große Teile sind bei dem Set ein bisschen schwierig. Mit kleinen Hennen ist das besser. Aber wie gesagt. Wahrscheinlich guckt man es sich eher nur an. Und das ist ja auch schön von außen mit den ganzen Details. Also Vorderseite. Das ist so meine Wahlvorderseite hier. Also Gesamteindruck. Sehr schönes Mittelalter Mock. Auf jeden Fall. Als Deko wirkt es noch besser. Und mit seinen zwei anderen Brüdern von Greece 13 ist das hier ein ganz, ganz tolles Mock. Eine ganz, ganz tolle Bereicherung für die Schmiede. Also mit Brüdern meine ich die beiden anderen Alternative Builds. Was die Greece 13 hier erstellt hat. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das mal auszuprobieren. Wenn es euch denn optisch gefällt. Wenn euch überhaupt diese blaue Optik zusagt. Von diesem neuen Lego Mittelalter Set. Diese Optik hat ja nicht nur Fans. Also für Display Fans ist das hier auf jeden Fall geeignet. Finde ich. Oder für Leute, die das irgendwie eine große Landschaft reinstellen würden. Hätte ich viermal die Schmiede. Da würde ich wahrscheinlich alle vier. Also die Schmiede und die drei Alternative Builds daneben stellen. Irgendwie wäre es cool gewesen. Man hätte diese drei Alternative Builds als B, C und D Modell drin gehabt. Bei der Schmiede. Das hätte sie doch erheblich aufgewertet. Aber dann wäre es wahrscheinlich eher so Richtung Creator 3 in 1 Serie gegangen. Also von daher ist das hier auf jeden Fall ein interessantes, spannendes Mock. Kommen wir zu einer Wertung. Spielspaß. Der ist vorhanden mit Vorsicht zu genießen. Und wenn ich wirklich hier mit sehr gutem Willen rangehe, sind es 3 von 5 Bricks. Gerade noch so. Der Bauspaß. Das macht Spaß zu bauen. Es ist halt manchen Stellen ist es sehr filigran. 3 von 5 Bricks aber auch. Stabilität. Ja, noch 3 von 5 Bricks. Trotz der Dachkonstruktion, die nicht so super stabil sind. Und die Optik gefällt mir gut. 4 von 5 Bricks. Der Preis für die Anleitung ist gut. Also 5 Euro für eine gute Anleitung. Was will man sich beschweren? Auch 4 von 5 Bricks. So komme ich zu meinem Gesamturteil für dieses Mock. Für die Medieval Barn von Greecher 13. Von 4 von 5 Bricks. Also ein empfehlenswertes, ein schönes Mock Alternative Build. Wenn man denn diese mittelalter Optik mag. Das ist natürlich Geschmackssache. Also ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Kommentar da lasst. Wie ihr das findet. Ob ihr das bauen wollt. Ob das euch Lust macht. Vielleicht gefällt es euch sogar besser als die Schmiede. Das wäre ja auch mal interessant. Ich beantworte jeden Kommentar, der sachlich formuliert ist. Und freue mich darauf, wenn ihr mir vielleicht sogar einen Daumen oben da lasst. Oder ein Abo. Noch viel besser. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Mit dem nächsten Video. Dem nächsten Alternative Build. Oder Mini Medieval Modular. Auf meinem Kanal. Auf Mockscout.